hallo alle miteinander und willkommen wieder zu einer runde 13 jetzt wird sie langsam aber sich mal ein bisschen spannend wir haben schließlich unseren ja wir haben unseren hier befreit mehr oder weniger anscheinend wir stehen hier gerade anscheinend ziemlich unter beschuss wie das aussieht klar der spinnt einfach mal auf den wagon und ich werde hier lösen gelassen oder was die schmerz noch nicht das steht ja auch noch ein wundervoll hier jetzt aber flott Come on, zack. Knappe Kiste. Knappe Kiste, knappe. Knabber Kiste? Knabber Kiste wäre jetzt auch lecker. So, abhaken. Schön, dass du so genau weißt, wo wir lang müssen, Digga. Erfung, wo schießt denn hier noch was? Au, da unten. Alarm! Alarm, Mini! Ich habe das Gefühl... Boah, scheiße, meine Maus ist schon wieder zu den Liebe. So. Ja, ich bin hier in Deckung. Nein, ich gehe nicht in Deckung. Ich kann hier hinterher. Halt's Maul. Selbst schuld, wenn du auf die Entfernung mit einer Flinte schießt. Alter! Ich glaube, nicht unendlich Munition. Gut gemacht. Ja, ich weiß. So, sammeln wir uns mal ein bisschen was hier ein. Dann haben wir noch was. Dann finden wir auch noch was. Dann sind wir auch noch was zu holen. Alles okay? Ist die Luft rein? Ja, ja, die Luft ist rein, stellt sich so eine kleine Pussy. Der Hubschrauber ist hinter dem Hügel. Wir schaffen es. Hinter welchem Hügel? Alarm! Auf zweit mal! Das war so klar. Lasst mein General in Ruhe. Ich will leben! Und er auch. Glaube ich. Denke ich. Sonst würde er nicht so rennen. Und sich so verstecken wie so ein kleines Mädchen. Ist er denn nicht ein General? Sollte der nicht kämpfen können? Vorsicht! Wovor? Noch eine Reaktion! Direkt rauf! Stirb! Bastard! Ach jeder, unten ist noch einer. Das war ein bisschen falsch geworfen. Äh, geschossen. Aber? Er ist tot. Mehr wollen wir gar nicht. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Meine nicht. Meine nicht zu wissen. Hinter mir? Hier, im Flug. Ja, ich weiß. Ich könnte auch einfach mein Machine-Gewehr nehmen. Aber? Dann wäre das Ganze nur noch halb so lustig. Äh, nicht mein Machine-Gewehr. Mein Sniper. Mensch. Äh, Gesundheit. Der Klerkler nicht verkehrt. Und mit deiner Knarre... Ey. Hall' um. Oh yeah, krank Knarre. Oh, oh, oh. Oh yeah. Brauche ich das jetzt? Muss ich das benutzen? Bitte. Aber selbst natürlich. Ja. Come on. Oh, ach hey. Komm hier von alle Seiten. Da ist noch einer. Du bist dran. Da ist ja noch einer. Komm her. Komm her. Ja, ja. So ist brav. Und noch einer. Eine nach dem anderen gehen wir stritzen. Hallo Typ. Steigen Sie am Wort. Wird gemacht. Wird gemacht. Ähm. Das ging schnell. Kurz und knackig. Aber wie gehört haben, müssen wir wieder landen. Das schauen wir uns aber im nächsten Level an. In der nächsten Folge. Ich sag einmal wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch wenn es nur eine kurze Folge war. Ähm. Ach, wirst du was? Scheiß doch auf. Von wegen immer nur ein Level pro Folge. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier. Wir holen sie da raus. Wir holen sie da raus. Was glaubst du vielleicht? Okay. Kurs 270. Der Kilani-See liegt nur ein paar Meilen von dir. Kurs 270. Jetzt wissen wir mehr. Falscher Alarm. Das war das falsche Haus. Wir können das Ziel nicht lokalisieren. Los weiter. Mangus ist auf dem Weg. Hm. Auf geht's. Hoffe ich denke, glaube ich. Lade Daten. Finden sie das. Salet. 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 Ich hab den Helikopter versteckt. Respekt. Das geht meiner Erfahrung nach eigentlich nicht ganz so leicht. Geil. Zweifeln. Au. Von wo? Wo wart ihr denn? Ah ja. Da hinten. Verstehe. Du, die, du, die, du. Zack. 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 Hey. Jetzt stirbst du wohl. Man könnte ja manchmal, ich meine, das Spiel hier wäre ein Spiel für Doofe, gell? Ich meine, die treffen einen kaum. Ich glaube, gut, ich bin einmal gestorben oder sowas, glaube ich. Aber, also. Irgendwie. Könnte man meinen, ich habe das Spiel anders in Erinnerung. Wir haben nicht denn meine Wörter. Vertraut mir. Ihr erkennt mich schon. Kannst du hier nicht killen? Auf, Menno. Zack. Ü, äh, ü, äh. Du, wie, du, wie, du. Hey, kann ich jetzt Boot fahren? Ich muss hier ehrlich gestehen. Weil ich so weit in dem Spiel gespielt habe, ist lange her. Ansonsten habe ich eigentlich immer relativ schnell wieder Lust verloren. Äh, von daher. Hört auf, Jungs. Der sieht scheiße aus. Hört auf, Jungs. Der sieht scheiße aus. Alter, deine Mutter sieht scheiße aus, Typ. So, ein bisschen Gesundheit, bevor ich hier, äh, erst kurz rumsturse und dann abkacke. Ja, ja, genau, lad erst mal nach. So. Laufen ja alle mit dieser Flinte durch die Gegend. Zwei Schüsse Magazin. Langweilige Schießkramen, ja. Okay, ich habe hier irgendeine Hütte, aber anscheinend nicht. Wir haben dich ein bisschen zu weit vom Spiel abgesetzt. Suche den Wasserplatz. Das Haus ist auf der anderen Seite des Flusses. Äh. Auf der anderen Seite des Flusses. Kann ich schwimmen? Will ich es versuchen? Gut, ich kann schwimmen. Oh, will ich schwimmen? Anscheinend nicht. Alter, komm ich hier wieder hoch? Nein, come on. Ne. Äh. Das war in die falsche Richtung gesprungen, Meister. Okay. Na los. Hm. Das gibt es auch nicht, ja. Menü. Okay. Okay, okay, okay. Nein, nein, doch. Ja, nein. Hoppala. Nein, okay. Wir schwimmen einfach mal eine Runde. Irgendwo anders hin. Sie wurden geschüttert. Er ruhe in Frieden. Von was? Von wo? Und von wem? Ehrenbeut versuchen. Oh, killi, der oh, killi. Wir werden den Helikopter verstecken. Sag uns Bescheid, sobald du das Haus ziehst. Ach, ihr werdet den Helikopter verstecken. Vorher nicht verstanden. Ihr habt den schon versteckt. Verstehe ich nicht. Laut Karte müsste sich das Haus direkt unter mir befinden. Okay, holschau mal. Headshot, Headshot. Tup-tudu. Hallo. Hihi. So, wir werden erstmal wieder brav alles ein. Und weiter geht's. Und dies verspringen wir nicht dämlich ins Wasser. Ich glaube, ich bin im Wasser hervorragend. Kann das sein? Ich habe nicht so ganz für meine Gesundheit geachtet. Wie sieht unser Ziel aus? Wir haben nicht einmal ein Auto. Bleib locker. Wenn wir Frau begegnissen bei deinem Anblick nervös, greifst du zu. Nö. So, die sind schon mal gut. So, deswegen gehen wir aber direkt hier weiter. So, ich habe das Ganze schon etwas sauberer verstanden. So, dich noch. Ey. So, ich habe dich noch von aufgeholt. So. Oh, hier haben wir die Hütte. Ein Medi-Pack. Ich denke, ich muss hier runter, oder? Auf der anderen Seite des Flusses. Auf der anderen Seite des Flusses. Okay, Lieder. Wasserfall suchen? Ist gecheckt. Aber hier kann doch gerade eben noch irgendein Typen eine Uzi oder was auch immer. Der Mann hat. Kommst du denn her? Wer bist du denn? Wo kommst du her? Dem gehen wir mal auf den Grund. Vermutlich ab hier hinten irgendwo aus dem Gepisch raus. Ich habe ihn vorhin einfach nur nicht gesehen. Interess mir auch wieder nicht. Äh. Waren das gerade Hunde? Ich mag keine Hunde erschießen. Okay, versuchen wir das mit dem Wasser noch mal. Jupp. Ich, äh. Ich, äh. Ich, äh. Friere in dem Wasser. Also halten wir uns auch nicht auf den Eis schon hin. Jupp. Ich, äh. Ich, äh. Ei, ei, ei. Er, erst kurz schauen wir an. Spiel für Dosen. Und dann, äh. sowas hier das klingt man wieder ganz typisch nach mir das sieht man noch mal reißen im fluss aus inklusive wasserfall vermutlich am ende aber stehen ist darauf wieder wasser zu erfrieren von daher suchen wir uns einfach mal ein weg drumherum lasst uns umkehren äh blick 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 er hat keine chance gegen mich mit der flinte zack zack alle sterben so wie die fliege hier menschenskines so aber die hat mich zu haus geführt nein die hat mich gnadenlos abgeknallt hier knallt jeder knallt los auf mich was per se schon ziemlich von arsch ist wasserfall andere seite vom fluss da oben über den baumstamm na mal schauen ob ich da drüber gehen kann gucken ob ich den baumstamm hier hochgehen kann nein das geht schon mal nicht ähm ja da heißt wieder weg außenrum suchen sowas mag ich ja jetzt hier hinten weiter nö 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 das hier scheint auch so ein bisschen begrenzend zu sein da muss ich durch den fluss da verrecke ich doch nur wieder komm schon was soll denn sowas oh da kann ich hier einfach durchgehen naja dann machen wir das einfach auf den weg ey wer schießt denn hier schon wieder wie gut auf mich naja klar lad rück mal nach zack so dann wieder die flinte glaubt ihr ist hier alles in einem etwas effektiver hallo haus gut jetzt machen wir mal feierabend zwei level reichen auf jeden fall für ein video für eine folge wir sehen uns einfach im nächsten video wieder was dann morgen oder übermorgen und sowas sein wird die tage auf jeden fall ich weiß ist in der letzten zeit etwas unregelmäßig bei mir wird sich aber hoffentlich in zukunft alles ein wenig bessern und dementsprechend sage ich einmal wieder herzlichen dank fürs zuschauen und ich hoffe bis zum nächsten mal Tschüss.